Musik Und das war's Ja man, sehr schön Nicht gesehen, unentdeckt Kein Alarm und unentdeckt, oder? Komm Und Äh Ja Ja Eigentlich, okay, eigentlich sozusagen bin ich unentdeckt Ich weiß nicht, ob es jetzt nicht steht, keine Ahnung Aber ja, okay Also unentdeckt bin ich eigentlich sozusagen gewesen Weil, ja Sie haben gewusst, dass ich hier bin, aber sie haben mich nicht gesehen, also ja Okay Jetzt hole ich noch hier ein bisschen Dinge und so Gut Ja, die drei hole ich jetzt noch Okay Nummer 1 Nummer 2 und Nummer 3 Gut Okay, äh, so Zack 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 Dann den ganzen Scheiß mal verkaufen Okay, wir können gar nicht alles kaufen Verkaufen, okay So, jetzt eigentlich mal hier LMG Zack Sehr gut, dann hier hin Dann verkaufen wir noch den restlichen Scheiß Dann verkaufen wir noch den restlichen Scheiß Wir haben ja 174, aber das passt Und wenn es geht, ein Rotpunktvisier geht jetzt nicht mehr, weil ich nicht genug Kohle habe Okay Okay Egal Okay Okay, so, äh Warum wahrscheinlich gar nichts? Gut Und Äh Auf zum Funkdor Alter Das mit Rotpunktvisier, das schaut dann episch aus, das zeige ich euch Das zeige ich euch So, nach lange wäre auch nicht schlecht, oder? Ne, habe ich schon, keine Ahnung Achso, ne, habe ich Munition aufgefüllt, ich glaube nicht Was, du bist, aber sagst du, du bist Ja, ich, ich brauche noch was Kann ich ganz losgehen, Kollege? Ne, ne, mal komm, schnell, Muni Ne, habe ich alles, okay Hä, kann ich, kann ich jetzt noch nicht 40, äh, scharfschützen Munition nehmen Oder so Wann doch nicht? Okay, egal Ja, ich weiß, dass es noch mehr zum Tun gibt, meine Güte So Ab zum Funkdor Ja, der ist auch nicht, nicht Ich dachte, der ist nicht zu weit weg, aber der ist weit weg Also, ich weiß noch immer nicht, wie in den Radiosindor umhängt, da kann keine Ahnung Ne So Okay, egal, brauche ich auch nicht jetzt Ähm Ich weiß nicht, hier, ich glaube, das stimmt Oder auch nicht, oder doch Ne, ich glaube, das sollte hinkommen Warum gibt Gummijunge, Junge, Junge, Junge Alter, das ist ein Buggy oder was auch immer das sein soll Und der, der schafft das nicht, oder was Ja, ganz knapp, aber Äh, komm ich hier durch? Ja Das ist nicht so tief Ne, pass, ich komme perfekt hier hoch Alter Wo? Nein? Kein Unfallsbaum Ich brauche das Auto noch Naja Mal schauen So Komm Ich balle euch aus dem Leben, ihr Typen Bam Keine Chance Sehr gut Naja, ich balle sie nicht aus dem Leben, ich Wie über Phase aus dem Leben wird Keine Ahnung Okay Sehen wir mal schwarz oder so, weil jetzt sehen wir ihn noch nicht ganz Aber, ne, ist ja keiner Ich bin mal gespannt, ob der schwer ist zum Erklimen Ich hoffe es mal nicht Äh Äh Ah Okay Ähm, hier unten ist dann schon mal ein Außenposten, das ist sehr gut dann können wir den gleich einnehmen Das Okay ein Stein Okay äääh BBBPÖ So Hier weiter Ach du Scheiße, schaffen wir das, ich hoffe es Jason mach keinen Scheiß Ja perfekt Okay dann hier hoch Und gleich hier hoch Boah Fast runter gefallen eine fast Das war noch mal knapp Okay Okay, jetzt hier. Können wir das Gleichgewicht halten? Das Gleichgewicht halten ist hier irgendwie einfacher als bei Mirror's Edge. Marking Mirror's Edge ist auch nur ein reines Kletterspiel. Was? Hä? Hier! Bleiben wir markieren. Ich hoffe, die glauben, dass das Auto, äh, äh, die Piratiker, dass es ihren Verbündeten... Ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt glauben, häh, ist hier irgendwo dieser Jason da, was hier entflohen ist, oder was ist hier los? Ach, ne, da sind die unsere Kollegen, um zu beraten. Hoffe ich mal, dass sie das glauben. Okay. Der Funktion wird auch aktiviert, also fast halt. Wo ist hier Ding? Hier ist Ding. Und... Punkt da. Zack, zack. So, warte, gebe ich denn hier schönes zu entdecken. Ne Höhle, okay. Wahrscheinlich nur liegt oder so, schätze ich mal. Ein Buggy und... ...Tour und Schätze. Und noch so, weiß ich nicht, so ein abgestützter Tempel oder sowas. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich auch nur liegt. Äh, okay, so hat sich die Frage, welche Ding nehmen wir und wo ist, wo müssen, wo sollten wir jetzt eigentlich hin und wo will ich eigentlich hin? Ich würde ganz gerne... Ja, das... ...passt eigentlich. Ja, okay, dann nehmen wir das Ding. Das ist hier hinten irgendwo. Ach, du scheißt, ist auch wieder am Arsch der Welt. Das ist wieder hinterm Berg. Ganz toll. Egal, dann nehmen wir hier. Dann kommen wir genau dorthin, wo die zwei Schätze sind. Als wir vorher gesehen haben. Sehr gut. So, nehmen wir gleich mal die zwei Schätze. Hier ist sogar ein Licht irgendwo. Ah, hier. Super. Sehr gut. So, Erfahrung ist immer gut. Okay. So. Warte mal, kommen wir von der Straße überhaupt irgendwie dorthin? Ne, nicht ganz. Ist blöd. Aber doch, wir müssen einfach einfach nur irgendwie geradeaus und dann irgendwie werden wir abstürzen. Das ist auch egal, weil tot sind wir dann natürlich nicht. Und ja, das... Ich glaube, das klappt. Wir müssen nur mal auf die Straße, wenn es hier irgendwo eine Straße geben würde. So, eine richtige Straße. Weil die Straße zeigt ja komischweise vom Radar nicht an. Aber hier irgendwo ist dann eine Straße. Alter. Alter. Boah, er geht der Barge ab. Aufpassen. Hier ist... Hier sind wir hier richtig? Die Frage, äh, wir sind... Ja, wir sind doch hier richtig, doch. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Hier ist doch irgendwas. Hier ist doch irgendwas. Was mir nicht erzählt, dass hier kein... Keine Ahnung, keine Relikt oder sowas ist. Ist doch irgendwas. Ja, ein Schatz dachte ich mir doch. Das sieht schon so aus, das ist klar. Okay, ich komme jetzt unten hier in 2. Okay. Da dachte ich mir, dass hier irgendwas ist. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ich glaube, das ist, äh, es gibt so eine Online, äh, eine Online-Mission. Also nicht andere Mission, die kann man runterladen oder so. Und dann gibt's hier im Bunker oder so, kann man irgendwas finden oder so. Das ist irgend so ein Easter, glaube ich, von Assassin's Creed oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Und ich... Oh, Alter. Und ich glaube, hier ist der Eingang, glaube ich. Könnte das sein. Ich weiß es nicht. Ich habe Assassin's Creed 1 oder so, und ich habe nur Assassin's Creed 2. Deshalb weiß ich es nicht. Und bevor ihr euch jetzt gleich fragt, hm, kommt Assassin's Creed 2 auch oder so? Ja, es kommt. Ich habe es schon oft genug gesagt. Ich sage es, wieso auch immer, noch öfters. Ich let's play alle Spieler, die, was ich, auf der PS3 habe. So. Okay. Ähm. Ich schätze mal. Ich schaue jetzt gar nicht auf die Karte, aber ich glaube, wir sind die richtig. Ja, sehr schön. Der geht auch ab. Jetzt ist die Frage, sind wir... Ich weiß es nicht. Doch, wir sind die richtig. Ja. Passt alle. Es ist zwar nicht die perfekte Straße, aber... Es ist eine Straße ungefähr. Verdammte Scheiße, ich merke mir die Wege wirklich nie. Das ist schlimm. Doch. So. Ja. Alter. Mann ey. Sind wir schon wieder hier bei dem Hotel? Alter. Alter. Ich hab kein... Der baut mir nicht das sehen, dass er jetzt tot ist. Boah, ist das schlecht, oooh. Ich kann den Tod sind nicht... Das war ein fucking, fucking fucking fail. Oh shit. Oh shit. Ich dachte jetzt endlich, wir können jetzt endlich mal noch hinfahren, ohne dass ich mich nicht mehr baue. Das ist das! Was? Hatte ich das nicht gesehen? Aber da war doch irgendwas braunes. Keine Ahnung. Ein Schwein oder oder oder? Na doch, hier, sag ich doch Schweine. Das hat irgendwie nach Hund ausgesucht, das ist ein Scheiß, keine Ahnung. Irgendwas war da gerade. Äh. Da werden kurze Erinnerungen einfach, hm? Weil wir mit Lisa geflüchtet sind, okay, egal. Äh. Wir müssen jetzt doch nochmal auf die Straße, verfluchte Scheiße. Das sind alle Schweine, ich brauch, ich bräuchte Wildschweine. Das weiß ich. Na, egal. Lalalalalala. Kommen wir eigentlich hier rein? Das will ich jetzt gar nicht mehr wissen, ich glaube aber nicht. Ich schätze ja, der Eingang ist weggesprengt oder so. Das wird mich jetzt mal interessieren. Kommen wir hier denn rein? Äh, nee. Da dachte ich mir. Schade. Ja, guck. Schade. Okay. Aber dachte ich mir auch irgendwie. Ja, hier sind wir dann abgehauen mit dem Outdoor. Und hier ist ein Pirat. Und hier ist ein Pirat. Und der bekommt gleich meine Klinge zu spüren. Dieses Stück Scheiße. Ist das der einzige? Nein! Okay. What the fuck? Äh, das sind Hunde. Oder Dinko, sondern da, wo man sein soll. Voll in die Nase. Das muss man auch mal zusammenkriegen. Kollege. Ich will den Sprungsschein machen, deshalb. Bitte sehe ihn nicht, weil das wäre wieder episch. Scheiße. Komm schon. Ach du Scheiße! Yippee! Bam! Keine fucking Chance, motherfucker. Sehr gut. Hehe. Ich habe jetzt nicht geschafft, wie viele XP man bekommt für einen Sprungkill, aber ich schätze mal viel. Sehr gut. Okay, äh, die Hunde hauen ab. Warum auch immer. Die haben das gehört, dass ich den gekillt habe, oder was? Wo ist denn hier die Scheißstraße? Wo muss ich eigentlich lang? Bin ich richtig? Ich bin scheinbar richtig. Ja. Ich muss der Straße folgen. Abgehörig zu gibt es nicht so viele. Scheinbar. Oh oh. Runter. Ich glaube, das sind Piraten. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das sind Zierpiraten. Ja, ich wette. Nein. What the? Okay. Komm, verpisst euch. Ich schieße ihn ab, ihr kennt mich nichts. Holla. Bis zum nächsten Mal.